moderner youtuber okay kommt heide dritte so quick match quick match matchmaking 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 natürlich kommst du jetzt auch gleich ja krumm was schon geht was ich bin grad bei matchmaking ich kann das hier kunden find a server to join was ist los willst du den server findest du den server ja dann komm ich im server aber dann bist du in der wartschlange ja das ist schlecht am besten ist jetzt dass sie überhaupt nicht mehr geht dass der multiplayer abgekackt das war natürlich schlecht alter verarscht ist so verbrauchte irgendwas die haben auch die lern server aber die haben aber auch mit der jetzigen zeitpunkt gefunden hat er nicht selber passt kann ich tun ja mal so ein bisschen was kann ich dafür ich nehme schon die ganze zeit auf ehrlich ja ohne begrüßung ist halt cool fortkunden moderner youtuber er ist ein Storker er ist ein Storker Storker es ist nicht so weit und nicht so ich nehme auf mann ich nehme auf ok seitdem es auf YouTube sehen wenn du willst der hat sich gesagt haben moderner YouTuber habe ich angefangen nicht mal mir sagen dass du begonnen hast ich habe die G ich habe gesagt ich nehme ohne Begrüßung auf ja und weil ich schnell machen muss okay und wird so zu mir nicht mehr und offen so x2 moderner YouTuber und doch das ist es das in der Wartung nicht mal vorzustellen ich meine du bist du das ist der Vorstand ja alter die Kinder ja gut ist der Daku den Klinik in den Süden der war früher da der ist herausgegangen da wird es nicht rausgeschmissen ich hab dich nicht rausgeschmissen das mir geschrieben ich mache nicht mehr mit dann habe ich gesagt okay man wird mir ausgedacht nicht beschimpft vorab okay ich habe rausgeschmissen heute ohne es wollen wenn ich heute vor ein paar Monaten du heute hören ich habe mich gezockt von der Schöpfung durch die Stimme nein das war genau anders du hast mir geschickt und aus dem Missgeburt ich habe mich nicht beschrieben dass du musst du mir gesagt dass sie lassen so Haas das ist so ich habe gesagt ich soll nicht BF hier mitspielen weil ich bin der Walsschlammer die ganze Zeit du kommst schon mal dann trinke ich halt sogar noch well active light Wasser Guarana bisschen Werbung gebrochener Geld nein der hat sich wieder behindert ich zähl David und da geht's dir, die Aufnahme ist abgestimmt nein der Name ist nicht auch erledigt die Aufnahme die Aufnahme ist nicht abgestürzt die Namen auch nicht abgestürzt Alter fuck ja mein Hetzgott voll verschissen ey ähm ja dann labern bisschen hier muss ein Kanal nicht mehr was geht ich hab dich nicht ausgeschmissen du bist rausgegangen dann hab ich gesagt okay dann hast du mich die ganze Zeit beschimpft ich hab dich nicht beschimpft weil ich muss okay ich ich mach Foto von dem Chat verlaufenen Schickchen ich bin ganz total schlecht oh ich räune jetzt geht's ab also ich heiße Sniper Pro 312 ich bin Fruchtsalat weil sie mich erden wollt ich spiele nicht schlecht ich spiele FIFA er spielt total schlechtern wo? überall deshalb nicht überall bezahlst du außer in COD da hab ich dich immer fertig gemacht na wo hast du dich immer fertig gemacht? ich hab dich immer fertig gemacht ich gebe dich in den Kriegsgruppen, du hast du dich war hast du mich in den Kriegsgruppen ähm war egal du bist ja so cool ja sicher ich bin ich bin 13 oder? hört mal meine Fanshaven hört mal meine Fanshaven ja hört mal oh scheiße mach ein bisschen leise Digga und jetzt? welchen Drillband? oh Leute ich hab keine Fanshaven oder so oder so und jetzt? ne jetzt passt also wenn ihr mehr mit Daku Wollscherf einfach in die Kommentare, yo ich bin das Special Gast ohne Kanal sie sich im Kanal aber keine Videos halt ich bin kein Produzent ja ähm wir könnten auch den Code machen von Battlefield 3 kommt vielleicht auch noch Videos von Battlefield 3! oh in den Zufrund ja schon der Woche, ja wer schreibt einfach in die Kommentare Daku Bokts dann weiß ich okay Daku Bokts und man kann auch von mir aus mit uns aufnehmen wenn man will aber man muss maximal 10 maximal 8,5 Jahre alt also das heißt weil wir sind ja auch erst 10 wir sind jetzt jeder total cool ich hasse diese 10-jährigen aus meiner Schule ich würde schon aus meiner Klasse sagen ähm Deinem auf Deinem auf Deinem auf Deinem ich gehe in die Sonderschule nein natürlich nicht ich gehe in die Schule um und das sind die 10-jährige die stehen immer so an bei der BIM da und warten auf die halt und es ist immer so Kaugummi ganz cool bei mir gibt es dieses bei mir gibt es dieses Mösa oder wie auch immer das heißt und dann haben wir so Zigaretten Kaugummi kaufen und die stehen immer so cool ooooh das witzige ist ja mein Bruder geht in die Klasse und kauft sich auch immer diese Scheiß Kaugummi also Scheiße ich hab' mir nicht mitgenommen Entschuldigung jo jo die Kinder von heute die Kinder die Jugend verdammte Scheiße Unglaublich so dumm ist ein Böckens welches hier war ich nicht so No der Lundböckster bisher eine Schlechte gebraucht da war man noch gängsterhaft gängsterhafter ja klar ganz so oft wir wollen auch auf der Lübke nicht er war schlecht es wird man durch die Oberfläche ich bin ich in der Regel ah ja der Arschfixer Ufo die Natur immer wird in die Juli Juli Entertainment hier wird Juli verstanden in Juli mit elf verstanden nun wenn die Chinesen sind auch auf er nimmt humor von Chinesen durchs Wasser mit Schwarznummer wenn das Haus einstürzt und es lebt dann ist es nicht wegen mein WC oder so es ist wegen der PS3 auf der PS4 bis PS4 wenn ich gekauft und dann werden wir mit Dapo aufnehmen falls sie ihn wollt den neuen Nürnchen er will ich schon in der Welt ich bin 13 ich bin cool die Hoffnung durchführt als er die Hauptstadt durch ich ah digga danke ah du zähne ja irgendwie spielen wir gar nicht Teamplay irgendwie gerade ich bin scheiße als erste Aufnahme, ein bisschen kein Teamplay spielen ja oh cool und wen stört leckend irgendwie spielen eh gar keinen Battlefield 4 Teamplay 9 mann gut alt mit der Nutschileis sie hat uns spricht für komisch so nicht wie ich man muss zuerst und das Video was hat die von der 4 als wir können unsere Meinung sagen als Doppel fängt es mal an wie viel zu bezüglich hier so jetzt aber es ist auch da ich habe es nicht mehr da die Ako Lulz ich glaube es ist wirklich nicht mehr da ok Alter es ist das erste ohne Daku mehr weitergeführt Daku ist leider jetzt in West gestorben gerade eben an meiner Stimme ich habe mit meiner Stimmung gebracht er wusste in der Nähe zu typen hey weil ich muss kurz die ich erste dass uns das passiert es so es es Darko bist du noch hier Ere hallo 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 gemütlich als sie größte Euro aber immer reingekommen ist okay er war fest über die Röder wie viel zu bettet ja Harschmann ich habe die Spitze zu bezüglich sehr schön und nun ich bin das Lärm 6 oder 3 macht der Kesselstol Stolzern nach hoffentlich bald mit 10 10 ist das die Spitzgruppen Kriegsgruppen um ich schaue nicht auf die KD aber schon mal in KD freu mich an BF BF ist KD nicht sehr wichtig das sind diese Kinder die aus COD da gekommen sind und dann KD ist wichtig, KD ist wichtig ja ja früher war ich immer nur auf KD aus ja damals hat so immer COD die ganze Zeit gezogen ich habe ja nichts gegen COD und du hast es gegen COD je nach der Runde würde ich auch sagen wir sehen uns dann in der nächsten Part also nach der Runde da wurde ja noch fünf Minuten circa ja ja dann lass ich das Rennen so lange ich jetzt dann Haare schneiden gehe und dusche und dann halt das hoch weil das hier nicht interessiert oh mein Gott mein erster Def oh scheiße ich könnte gleich ein Vlog machen ja ich gehe gleich duschen und ja ich bin der Verkehrt tutorial meine Piste hat sich aufgenommen wirklich ja wirklich ja wirklich das ist natürlich schlecht also ja die Aufnahme geht weiter ohne mich weiter zu suchen ja hast du Pech gehabt aber aufhörst du jetzt ja da nicht was der ist egal so kann ich nicht spawnen Hilfe die Piste hat erkannt dass ich den Def bekommen habe und hat sie sich ausgemacht genau beste Ausrede ey ja also die PS 3 stützt ziemlich oft auch bei Battlefield 4 deswegen dem neuen Patch also ich weiß ja nicht wie es bei der Xbox ist weil er hat es ja besser keine Ahnung die Piste stützt der kurz nie mehr ab für weil vor dem neuen Patch denn jetzt eben 2.50 oder so der 4.50 ist hier auch immer gestürzt nicht schützen noch mehr obwohl es normalerweise fixen und um ein Rostring ich habe den großen ja ich bin es auf der Piste ich habe schon ein paar mehr denke ich mal haben die meinen Namen gesehen wie können die Rüchte nicht nicht ich bin und kommt das Video heute ja alle zwingen mich bei vorgesehen bis es hochzuladen aus dem Kopf gut alter ehrliche Schmeistergarten sterb davon Digger das ist fast was anderes gesagt ja also ich bin kurz weg ich muss was die Tüte zu machen also ich unterhalte ich jetzt so kurz okay der da und dort wird nicht mehr ich habe den Zuschauern gesagt ich unterhalte ich kurz da bist du gekommen und so dass ich ihn und ich hätte so besetzt werden das ist kein ich kann mich noch erinnern als ich habe es ja endlich geschafft ich dreizehnjähriger voll Idiot hauptsächlich bekommen mal auf der PS3 die ich konnte einen Angriff tun und jetzt hast du es geschafft jetzt können wir alles zu ja weil und falls du ihn mit mir sehen wollt im BF3 dann schreibt ihn welche schwierig ich schaffe noch alles in schwer wenn er wollte so wir haben ja alles in schwer außer drei verpackte Missionen ja ja nein zwar diese verpackten Missionen und ich wollte eh Battlefield 3 Kampagne noch fertig machen aber ich mache es jetzt nicht mal fertig weil also ich einfach nichts nötig mache dann einfach bei sich hier weiter auf der PS4 ich weiß nicht wo ich das mache ich muss noch gucken wenn ich die PS4 habe und Battlefield 4 ob das ich sie habe ich ja auch überhaupt aufnehmen kann wieso ja weil vielleicht läuft die Rocks ja ja nicht mehr in den ich sie an der HD ja wegen dem Kodak oder so wie viele Tickets noch oh Alter ey weil ich bin damals schon und ich glaube das lohnt sich nicht mehr zu tun ähm noch 102 Tickets haben die geh ich noch und wir haben noch 375 ah das hat auch ganz weil zu einer von euch FIFA zockt die Zuschauer kennt ihr mich sofort eben da zocken wir ja am 9 ja es ist von 7. bis 9. Oktober dann irgendwann kommt es 14 in den Zucken also wenn ihr mehr Let's Place mit Darko in die Kommentaren einfach schreiben oder wie viele sagt schreibt es in die Kommentare er macht jetzt den Tutorial nicht ähm nicht kommentieren favorisieren masturbieren äh leiten ne daumen hoch ah hehehe hehehe zum ersten mal dass ich sehe dass ein Türken ein Schwuch ist das sind ja alle voll cool ok dann würde ich sagen gehen wir jetzt hier mal in diese ZL Schwertiger oh geil haben die gesehen dieses Haus einstürzt das Haus ist nicht mal eingestürzt auf der PS der Sitz nicht so besonders ist da muss ich ganz ehrlich dass die Zuschauer was wissen aber ich will es eigentlich noch in diesen Part haben also oh fuck nein 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 der Twitch wäre oh scheiß, 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 scheiß am besten ist über Pete's mit ihren zwei oder drei Folgen haben die versucht zumindest Pete hat versucht nein 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 auf zu nehmen wie das Haus ein aber ich bin mal gestorben oh es stimmt sein vielleicht Also es gibt vielleicht gleich ein paar Bildfehler. Wieso Bildfehler? Weil das auch gleich einstößt. Ah, das ist doch noch nicht einstößt. Nicht gleich. Ja, aber wir haben bald Bildfehler, weil das total viel RAM weg mit die Scheiße. Okay, stößt da. Wie ist dann auf der PO-Arm? Da stößt der PC. Ja. Ja, ist doch... Okay, viel Spaß. Gerade hat er seinen Bruder gewünscht viel Spaß und so. Nee, viel Spaß beim Hauseinstürzen zu sehen. Ach so. Ja, hat euch viel Spaß gewünscht, also viel Spaß hier. Alter. Fuck. Ist das ernst, dass noch irgendwelche Miezen aufnehmen können? Nee, also... Wenn jemand will, was ich muss kurz... Ich muss kurz was machen, weil da bin... mein PC-Skater. Okay, dann muss da halt 12 Stunden lang. Ähm... Ich kann sehr gut hier nicht fliegen. Das heißt, David? Äh, ich muss kurz... einen Stopp machen, wir sehen uns gleich gleich sofort wieder. Was ist los? So, we are back. Entschuldigung. Entschuldigung. Da wird ein paar Problem. Ja, man, das ist gar nicht wieder der Beste, der Schmidt ziemlich oft ab. Ich gehe einfach aus der Wartschlange, weil ich bin ganz schön. Ja. Nee, wir heute noch ein paar Tor. Ähm, ja, klar nach dem Duschen, wenn du willst. Oder irgendein anderes Spiel, wenn du willst. Also, mir ist es eigentlich relativ furcht. Ja, vielleicht zumindest noch eine Partie. Eine UD-Befi. Weil ich brauche mal ein Spiel. Ja, okay. Ich bin jetzt eh gleich 245 Tickets, Leute. Es geht runter wie... Keine Ahnung was... Wie weißt du, wie das in Sekunden ist? Spiele Domination? Hä? Spiele Domination? Ich spiele Domination? Ich glaube, ich werde gleich nicht mehr unten. Okay, in der nächsten Woche kommt dann ein Domination-Spiel halt ein bisschen alle... Möden oder Modusse zeigen im Spiel. Modus. Entschuldigung. Zeigen im Spiel, weil... Ja. Eigentlich wollen wir das Spiel präsentieren hier jetzt. Aber Domination musst du... immer als Empaarung nehmen, ja. Ja, ich... Ja, ich weiß, ich habe das auch gespielt. Na ja. Hast du eigentlich immer für die Fans in deiner Abonnenten? Ja, hab ich ein paar... Die haben alle meine Best-Videos angeschaut und dann... hab ich damit aufgehört und die haben dann die Abonnenten. Ja. Also, dank an euch, Leute. True Fans. Bleiben True Fans. Jo, okay, eigentlich konnten wir jetzt schon auf 4 mal 4 Tickets, 3, 1 Ticket, okay. Das war's mit der ersten Wunde vom Battlefield 4, die Beta. Ähm, jo. Bald kommt auch das volle Spiel. Jo, und das wird auch Let's Play natürlich. Gucken wir uns noch mal kurz unsere KD an, weil es interessiert eigentlich niemanden. Okay, und... Jo, bye-bye. Ja, tschüss. Jo.